Hallo zusammen, heute geht es weiter. Neues Video, und zwar wie versprochen, wie stelle ich Düsen richtig ein. Heute anhand eines Beispiels von Düsen von einem MWM Motor aus einem Fendt Diesel Ross. Und zwar die Düsen, bei denen die eine Düsenmutter dabei war, die so hart verballert ist mit einer Rohrzange. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das Loch von der Düse, hier das Gewinde außenrum, ist auch leicht oval, durch das Zusammenquetschen mit der Zange hier. Das merkt man auch beim Anziehen. Ja, dreht sich nicht mehr so schön, aber geht noch zu, geht noch bei. Ist halt blöd, weil es gibt keinen Ersatz mehr. Das heißt, da müssen wir die alte Düsen-Spannmutter verbauen. Eingesetzt sind hier die klassischen UDIN-0SD211. Die sind ja in ziemlich vielen drin, vor allem auch in vielen Deutz. Düsen sind schon zerlegt, wie ihr seht, schon gereinigt, schon drüniert. Mit dem Kupferring hier bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob der da drunter gehört. Das werden wir auch spätestens dann sehen, wenn wir die Düsen aufs Prüfgerät stecken, wenn der Druck dann extrem zu niedrig ist, ist das eigentlich immer ein relativ eindeutiges Indiz dafür, dass da kein Kupferring drunter gehört. Feder und Druckbolzen sind schon drin, das könnt ihr hier hören. Ich glaube, das kriegt jeder hin, wenn er die Dinger auseinandergekriegt hat. Das ist ja einfach die Feder, der Druckbolzen und die Einstellscheibe bzw. die Einstellscheibe hin. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ihr seht es hier, die Dichtfläche ist auch nicht mehr so rosig. Da sieht man noch den Abdruck von der alten Düse. Die werden wir jetzt noch planen und zwar ohne Zuhilfenahme von Schmörgelpapier und einer Glasplatte. Je nachdem, vielleicht gehe ich da auch mit Ventileinschleifpaste dran. Mit der rauen müssen wir dann nachher nur polieren, dass das alles sauber wird. Und mache ich jetzt mal schnell im Zeitraffer und dann geht es weiter mit dem Zusammenbau. Einfach damit keine Krümel vom Schmörgelpapier nachher drin sind, dass alles wirklich sauber ist, weil wenn das Zeug in der Düse hängt, dann ist die Düse direkt hinüber. Also ihr seht hier schön, Feder, dann hier unseren in Anführungszeichen Druckbolzen, in dem Fall ist das eine Kugel. Und eine ganze Ladung Einstellscheiben. Ja, Kugeln, ne. Wahrscheinlich hat man deswegen da später den Druckbolzen erfunden, weil die Kugeln regelmäßig weggeholt sind. Okay, ich mache das mal alles hier rein, weil dann kommt es nicht weg. Und dann können wir jetzt anfangen zu schleifen. So, man sieht jetzt hier schön die Stellen, auf der die Düse trägt. Hier außen, die sind jetzt wieder sauber und schön im Plan. Jetzt polieren wir die Fläche noch auf. Das hier war 800er Schmörgel, jetzt nehmen wir 1000er. Und ich benutze immer Nassschmörgelpapier dafür. Mit einem Schluck Diesel drauf. Und dann polieren wir die Fläche jetzt auf, dann können wir die Düsenhalter schon zusammensetzen. Ihr seht, schön blank. Die ziehen wir jetzt noch einmal mit grüner Bosch Schleifpaste ab. Und dann sind wir da sauber. Das wäre erledigt. Eine perfekt blanke Dichtfläche. Mit der zweiten habe ich das natürlich schon gemacht. Jetzt hier noch einmal zur Veranschaulichung. Das brauchen wir alles nicht mehr. Jetzt können wir schon an die Montage gehen. Einmal alles sauber gemacht. Können wir dann einfach hier einmal in den Schraubstoff spannen. Oder zur Hilfennahme des Knies in meinem Fall, weil nur eine Hand. Dann brauchen wir unsere Innereien. Natürlich wie immer schwimmend montieren. Einmal mit Diesel füllen. Dann kommt erstmal unsere Druckkugel hier rein. Dann kommt die Feder dazu. Dann kommen die Einstellscheiben rein. Eine fehlt noch. Und dann kommt oben die Spannmutter. Die kleine. Die Mutter mit der Rücklaufrohrung. Die wird dann auch immer reingeschraubt und angezogen. Und dann können wir uns die Düse mit der Mutter vorne nehmen. Aber so wie das hier aussieht, kommt die höchstwahrscheinlich wirklich ohne den Kumpferring hier rein. So wie der jetzt unten rumrutscht. Oder? Na ja, wie gesagt, werden wir auf dem Prüfgerät sehen. Dann kann ich jetzt aktuell keine Aussage dazu treffen. Einmal anziehen. Einmal umdrehen. So, jetzt müssen wir die Düse vorbereiten. Und zwar müssen wir die einmal ausspülen. Die kommt immer in so einem Lageröl. Normalerweise soll man die sogar mit Bremsenreiniger oder Benzin putzen. Aber bis jetzt hat sich bei mir eigentlich immer erledigt, wenn man die in Diesel getaucht hat. Und einfach mal ein paar mal in sich selber auf und zu gemacht hat. Wichtig ist, dass die Düsennadel die letzten 5 mm von selber in die Düse reingleitet, wenn man die rauszieht. Ihr seht das hier. Das muss die machen. Dann ist alles tippitoppi. Dann können wir hier die Düse schon aufsetzen. Nehmen wir noch unsere Düsenspannmutter. Das ist jetzt leider die, die nicht so gut geht. Das müssen wir dann mit dem Schlüssel nachziehen. Man merkt, dass hier immer so eine Stelle, wo sie hart geht. Aber weil man die noch von Hand drehen kann, ist das gerade noch so grenzwertig in Ordnung. Wenn man neue bekommen würde, hätte ich auch eine neue verbaut, aber die Chancen da noch dran zu kommen, die sind gering bis unmöglich. So. Einmal anziehen. Mit der Rohrzange. Nein, natürlich nicht. Nur mit dem Schlüssel. So. Das soll reichen. Nicht, dass die Spannmutter reißt. Und dann können wir schon ans Tizen-Prüfgerät. Ich habe hier leider noch kein eigenes. Die Löcher sind schon da. Mein Prüfgerät kommt auch nächste Woche. Aber dann müssen wir für eine andere Werkstatt runter und dann können wir die noch schön abdrücken. Das Schmanker will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Guckt euch mal die PFR an. Die ist einfach geil geworden, oder? Wenn man die mal mit vorher vergleicht. Moment, ich blende das mal gerade ein. Das ist schon ein dezenter, kleiner Unterschied. Die kann man jetzt so verbauen. Und dann läuft der Schlepper hoffentlich wieder. Die Düsen machen wir jetzt gleich noch fertig. Und dann habe ich hoffentlich wieder jemandem geholfen. Ja, wer hätte es gedacht. Die Kupferscheibe gehört nicht drunter. Also ab damit. So, Kupferscheibe draußen. 130 Bar. Kriegen sie also 125. Ja, das da sind 125. Ja. Gut. Müssen wir trotzdem noch nachlegen. Wir gucken uns jetzt mal das Spritzbild an. Nicht so, sondern so. Und wir sehen, die hat ein sehr enges Spritzbild. Und dicht ist sie auch. Fällt kein Tropfen. Das ist gut so. Die kann man einbauen. Ich lege trotzdem noch ein kleines Scheibchen unten drunter. Einfach nur, weil die Düsen sich auf Dauer einlaufen. Das heißt, wir machen die jetzt auf 135 Bar. Und dann, wenn es ein bisschen gelaufen ist, hat die ihre 125 und dann passt das. Ich weiß nicht, muss ich das erklären? Ich glaube nicht, oder? Schraube oben ab. Dann Scheiben raus, beziehungsweise Scheiben dabei. Ich meine, die Faustregel war ungefähr, ich müsste lügen. 0,1 Millimeter sind 3 Bar, glaube ich. Irgendwie war das. Und so viele kleine Scheiben wie da drin sind, messe ich die jetzt auch mal aus. Und guck mal, ob ich da vielleicht einfach eine Dicke dabei legen kann. Und dann gucken wir gleich wieder, wie es aussieht mit dem Druck. Scheiben angepasst. Vorher waren es 2,3 Millimeter. Jetzt sind es 2,4. Also 0,1 Millimeter sind 10 Bar. Wir sehen jetzt hier Öffnungsdruck knappe 140, 125 bis 130 Bar darf sie haben. Das passt also. Und Spritzbild, man hört schön, die schnarrt schön. Und wenn wir uns das Spritzbild angucken, ist es auch schön sauber. Man sieht schön, die zerstäubt gut. Kann man so einbauen. Perfekt. Ziehen wir jetzt noch einmal an. Machen wir die zweite noch. Und dann können die auch wieder weg. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich hoffe auch, dass du ein bisschen was lernen konntest hierbei. Falls ihr mal ein bisschen intensivere Videos zu Düsen wünscht, sagt mir doch einfach mal Bescheid. Ich kann ja mal die ganzen Schnarr-Kennfeld-Gruppen etc. vorstellen. Und es gibt ja mehr als genug Sachen bei den Dingern zu beachten. Also ist nicht einfach nur, ich kaufe neue Düsen und setze die ein und es geht. Sondern da muss schon noch ein bisschen Liebe mit rein. Die hier sind jetzt zum Beispiel von einem Feuerwehrclub aus der Gegend. Die ihren alten Feuerwehrwagen aus 1950er Jahren restaurieren. Einen alten Latil. Französische Bauart. Das ist auch noch ein ganz interessantes Themenfeld, weil die Düsen halt echt speziell sind. Ja, da gibt es jetzt hier zum Beispiel noch den Düsenöffnungsweg, den man hier einstellen kann. Indem man hier den Stift kürzer macht oder länger. Da gibt es verschiedene Längen und 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 zum Austauschen. Das ist ja eine Katastrophe auch das Einstellen. Naja. Bis dahin. Like und Abo nicht vergessen. Ich wünsche euch Spaß. Euer Dominik. Bis dahin.